Hallöchen, hier geht's weiter. Wir laufen mal hier am Meer entlang. Oh, was ist denn hier? Ein Schiff. Oh, das sieht ja cool aus. Cool. Richtig cool sieht's hier aus, finde ich. Da leuchtet irgendwas. Cool, cool. Wir kommen mal nicht vom rechten Weg ab und laufen hier mal weiter. Und da, genau, da können wir eine Quest annehmen. Die wollten wir uns ja noch aufheben. Also das heißt, aufheben ist ja nur Abgabe. Sammel acht Köpfe vom Krim, Schuppen, Mori, Jux, ach was weiß ich. Ja, wir nehmen das einfach mal. Irgendwie an der Küste oder so. Ja. Krieg mal hin. Oh, ich hoffe, ich sterbe hier nicht, wenn ich hier runter... Geht. Okay, ich nehme an, da sind bestimmt hier die Viecher da. Genau das da. Äh, nee, der hatte keinen Kopf. Ich hab gedacht, das wäre das. Ach, hier oben ist, glaub ich, einer, oder? Nee. Hä? Was soll denn der Scheiß? So ein Arsch. Jetzt bin ich hier irgendwie vergiftet. Ich hab gedacht, das wären hier die Köpfe hier oben, Mori. Hä, wo sollen die denn dann sein? Sind die im Wasser, oder was? Sind die hier im Wasser, die Köpfe? Nee. Ist das groß, das Gebiet hier? Also komplett an der Küste kann das sein. Ach, vielleicht sind das die hier, die seltenen. Oh, da kommen natürlich gleich beide an. Ist natürlich prima. Mein Arsch. Bekündig hier mich erstmal. Au. Auch nicht. Hä, wo kriegen wir denn die scheiß Köpfe? Ah, da hinten ist einer. Ach ja, Leute. Jetzt vier Stück. Ich glaube, ich bin gleich weg. Das war's. Wir sind tot. Unser erster Tod. Toll. Äh, Geist freilassen oder Todesursache? Äh, also die Todesursache wissen wir ja wahrscheinlich. So, wenn wir hier tot sind, sind wir so ein Geist und müssen zu unserem Sarg. Hui, wir sind natürlich ganz schön weit weg. Hier waren wir überhaupt noch nicht. Das kennen wir alles noch gar nicht, hier die Gegend. Oh, zumindest sind wir als Geist schon mal schneller. Das ist schon mal gut. Alter, die geht hier ganz schön ab. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt tot waren. Naja. Kann passieren, ne? Dann lauf mal hier lang. Hier hoch. Und hier lang. Huh. Und hier runter lauf mal. Genau, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Aua. Finger hat mir kurz wehgetan. So. Ah, ein kleines Stückchen ist es noch. Äh, hier hinten sind wir lang gelatscht. Hier kann man übrigens drauf drücken, da kehrt man wieder zur Startposition zurück, wenn man sich jetzt irgendwie verlaufen hat oder so. Ob wir gleich hier unten lang können, am Wasser. Eigentlich ja schon, ne? Da sehen wir nochmal das coole Schiff. Ja, springen können wir auch. Wir können ja nicht sterben, denn wir sind ja bereits tot. Ja, da müssen wir ja gleich auf unserem Sarg treffen. Und? Hier. Ja. 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 Ich hoffe, dass wir schnell in Level steigen. Mal kurz warten, damit wir aufgeladen sind. Und dann schnappen wir uns das da. Na, wir nehmen ja schon mal eins von acht. Der macht aber auch Geräusche, das Ding. Och, jetzt hat er mich schon wieder vergiftet. Jetzt haben wir so einen Kopf. Was sind denn die Kisten hier? Ist das einfach nur so eine Kiste? Ich bin aber noch vergiftet. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal die Kiste hier aufmachen. Äh. Ja, stellt Gesundheit wieder her. Okay, also wir müssen so Viecher töten, damit wir so Köpfe kriegen. Mal sehen, wie viele wir töten müssen, damit man so voll haben. Oh, wieder vergiftet. Also, das sind aber auch selten die Köpfe, oder? Oh, hier stehen so viele rum. Der ist bestimmt zu weit weg, oder? Nee. Kommt der wenigsten alleine an. Und nochmal. Oh, Alter, was die mich bewerfen hier. So, jetzt haben wir einen zweiten Kopf. Ob wir von hier hinten schießen können? Ja. Bis der hier ist, haben wir den zweimal getroffen. Vielleicht auch dreimal. Ah, der hat aber auch einen Kopf. Das ist perfekt. So, sehen wir hier noch irgendwo? Hier am Wasser ist einer, aber den können wir irgendwie nicht andrücken. Auf Z, ja, auf Z können wir den andrücken. Gut. Z hat man ja gemacht wie Zielen. Äh, bis der aus dem Wasser gekommen ist, ist er gleich tot. Äh! Drecksack. So. Dann krallen wir uns mal den da hin. Der ist zu weit, okay. Der ist nicht zu weit, den können wir uns abschießen. Schießen wir gleich nochmal in der, ja. Und gleich nochmal. Gleich nochmal. Ja, und wir haben Level 7. Was ist das? Teleportiert den Zauberern 20 Meter nach vorne. Es sei denn, es steht was im Weg. Okay. Naja. Das ist jetzt eigentlich nicht so. Das ist jetzt eigentlich nicht so interessant. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich bin nicht in Reichweite. So. Und Bäm. Und nochmal. Wieder kein Kopf. Äh. Das ist gut, dass man von so weit schon schießen kann. Das wusste ich nämlich auch nicht. Oh. Hat er mich wieder abgeschossen. Können wir den schon? Ich bin außer Reichweite. Den können wir aber. Okay. Vierer haben wir jetzt schon. Haha. Das ist zu weit entfernt. Och, der ist doch gar nicht weit. Mann. Den können wir aber. Wie die immer schimpfen. Aha. So. Hier ist unser fünfter Kopf. Der wollte gerade eine Runde baden gehen. Da hat er aber Pech. Den Krallmanns. Haha. Schusswaffe brauchen wir auch nicht. Ist Schwachsinn. Wir können nämlich nicht schießen. Außer mit unserer Magie. Au. Und noch ein Kopf. So, da brauchen wir ja nur noch zwei Stück. So, ich hoffe, du hast auch einen, aber das war's wohl. Oh, ich hab jetzt gedacht, der hier hinten kommt auch schon angerannt, weil der auf einmal so schnell gelaufen ist. Aber nicht. Oh, da hinten ist eine Schatzkiste. Da gehen wir dann auf jeden Fall mal hin. Mal gucken. Jetzt kommen aber beide angerannt. Oh, ich hasse diese Giftschweine. So. Na, wenigstens hat er den Kopf. Ist ja etwas. Da gehen wir mal zur Kiste und gucken mal, was da so... Bisschen Kupfer und Leinenkram. Na gut. Besser als nischt. Einen einzigen Kopf brauchen wir noch. Und da haben wir ihn doch. So, bereit zur Abgabe. Da müssen wir da wieder lang. Jetzt können wir bestimmt immer noch kein Pferd... Ne. So. Wartet mal kurz. Was, wie? Achso, er hier. So, weg mit dem Drecksack. Spinnt wo? Da müssen wir lang. So, dann laufen wir mal hier hoch. Und das war doch hier gleich, gell? Ja, genau da. Ich sehe ihn schon. So, dann quatschen wir den mal an hier. Hier hast du die Köpfe. So. Ah, hier kriegt man ein Schwert. Oder Handschuh. Wir nehmen mal an. Oh, da unten. Oh, da müssen wir ja hier rüber und... Das ist auch blöd. Da kommen wir eigentlich gar nicht hin. Dann würde ich erstmal hier drüben jetzt weitermachen. Na gut, ich werde hier erstmal beenden. Ich würde heute erstmal nur 15 Minuten hochladen. Und das nächste Mal gibt es wieder 20. Wir machen dann auf dieser Seite das nächste Mal weiter. Und danke fürs Einschalten. Vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen. Tschüss.